So meine Freunde, herzlich willkommen zurück, heute wieder mal mit einem tollen Thema und zwar Fenster. Damit ist weder euer Betriebssystem, beziehungsweise hoffentlich nicht euer Betriebssystem Windows gemeint und auch nicht das Fenster, das ihr immer mal wieder aufmachen könntet, um frische Luft zu bekommen, ihr Kellerkinder, sondern damit ist gemeint eine Fensterfunktion, die wir für die Fourier-Transformation, beziehungsweise vor allem für die sogenannte Fast- oder Short-Time-Fourier-Transformation brauchen. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz zurückgehen zu unserer diskreten Fourier-Transformation. Und wir sehen hier in der Funktion hier oben für die Fourier-Transformation, das heißt diese Funktion hier, da sehen wir relativ gut, okay, wir summieren auf von k gleich 0 bis n minus 1 mit n Samples. Ja, aber wie genau bestimmen wir denn n? Ist das einfach jetzt Zufall oder was wählen wir da? Und das Problem ist, was passiert, wenn n zu groß ist oder was passiert, wenn n zu klein ist? Und wie genau soll das eigentlich funktionieren? Muss das wirklich einfach nur aufsummieren sein oder gibt es da vielleicht was Besseres? Und das schauen wir uns jetzt an. Denn genau dafür sind eigentlich Fensterfunktionen da. Wenn wir so ein Signal haben, sagen wir jetzt einfach mal, und wir wollen von hier bis hier aufnehmen, dann sind das 20 Samples. Und dann haben wir genau das gemacht, was wir gerade besprochen haben. Wir haben einfach n auf 20 gesetzt. Das heißt, wir samplen 20 einzelne Dirac-Stöße und, oder wir werten einfach 20 Dirac-Stöße aus und bauen uns daraus quasi die Frequenzen. So, und jetzt haben wir aber folgendes Problem. Unsere aktuelle Fensterfunktion ist einfach nur alle diese Punkte werden gleich gewertet. Das sieht dann so aus. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir die Fensterfunktion, so heißt das Ding. Das ist unsere Standard-Fensterfunktion, die wir hier bei der Fourier-Transformation verwendet haben. Und diese Fensterfunktion, die hat einfach nur jedes einzelne Sample gleich gewertet. Das heißt, mit einer Amplitude von 1,0. So, und ja, dementsprechend haben wir hier auch wirklich jedes Sample gleich gewertet und diesen wunderschönen geraden Fensterbalken. Das Problem ist, wir haben eine sogenannte Leck-Problemartik hier. Das Fenster leckt einfach, sagt man. Und zwar sehen wir das hier an, wenn wir hier diese einzelnen Zacken sehen, dann sind da jeweils immer kleine Punkte nach unten durch und manche sind nach oben. Und es ist sehr, sehr ungenau. Das heißt, dieser Bereich hier auf der rechten Seite, der sollte eigentlich so klein wie möglich sein. Wir wollen am liebsten wirklich nur genau das Ding hier bis zur Mitte nach oben haben. So, und das wäre dann eine, naja, eine sogenannte Leakage, ja, so heißt das auf Englisch, die wir haben wollen. Gibt es da vielleicht Funktionen, die besser geeignet sind als diese Fensterfunktion? Also als diese Rechteckfensterfunktion? Und ja, natürlich, die gibt es. Das heißt, lasst uns mal ganz kurz gucken, was wir als Vergleich noch nutzen können. Und es steht schon in der Überschrift, wir könnten das Hemming-Window oder das Hemming-Fenster verwenden, das so aussieht. Und das heißt, hier werden plötzlich nicht mehr alle Samples gleich gewertet, sondern das Sample in der Mitte wird mit einer Amplitude von 1,0 gewertet. Und links und rechts werden die Samples weniger stark gewertet. Und dabei passiert eben diese Leakage hier bei dem Hemming-Window. Und das ist sehr, sehr viel besser, weil das hier auf der linken Seite, das wollen wir nicht haben. Aber hier ist es ja noch viel mehr auf der linken und auf der rechten Seite. Wir wollen eigentlich nur diesen Bobbel hier in der Mitte haben. Ja, und deswegen benutzt man eigentlich in der Praxis das Hemming-Window meistens. Es gibt allerdings natürlich auch noch weitere Windows, die ich jetzt hier nicht vorstellen kann. In der Theorie gibt es noch so viel mehr Windows, aber in der Praxis habe ich tatsächlich meistens bisher selbst das Hemming-Window verwendet und auch meistens eigentlich das Hemming-Window gesehen, dass es als Standard einfach verwendet wurde. Und deswegen würde ich es hier mal dabei belassen. Ihr könnt natürlich gerne noch weiter recherchieren, welche Windows euch so gefallen. Und wenn ihr ein Window seht und ihr denkt euch, das muss ich einfach vorstellen, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Ja, das ist kein Problem. Okay, aber wir wollen uns das Ganze noch ein bisschen genauer angucken. Wir sind ja damit nicht zufrieden. Wenn wir jetzt einfach mal so hergehen und wir sagen, okay, wir haben diese obere Funktion hier. Also das ist unser normales Signal. Und eigentlich bräuchten wir diesen Dirac-Stoß hier. Dann ist dieser Dirac-Stoß natürlich nicht von 0 bis unendlich berechnet, was diesen Dirac-Stoß hier geben würde, so wie wir das eigentlich brauchen. Also diese Frequenz, diese eine Frequenz, die hier eindeutig als Frequenz gegeben ist, die ist leider so nicht eindeutig drin. Weil, was wir ja in der Praxis machen müssen, wir samplen ja nur. Wir nehmen ja nicht wirklich das komplette Signal, weil wir keine periodischen Signale haben. Und deswegen ist es normalerweise immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Dieser grüne Bereich hier, den wählen wir einfach jetzt mal so quasi. Das ist unsere Anzahl an Samples. Und wenn wir die jetzt so nehmen und da drüber ein Window laufen lassen, dann ist das hier unser Window. So, das Ding hier drüben ist dann quasi die Antwort. Also das, was nach der Frequenzanalyse rauskommt. Also nach der Fourier-Transformation bekommen wir nicht wirklich diesen perfekten einzelnen Balken hier nach oben mit der tatsächlichen Frequenz, die es auch wirklich ist, sondern wir haben halt einen gewissen Fehler. Und das ist dieser Leakage-Fehler, den ich gemeint habe. Das ist dieser Leakage-Fehler hier auf der linken Seite. Diese Frequenz hier, die existiert da eigentlich gar nicht drin. Ja, diese Frequenz hier, die existiert da nicht drin. Die hier nicht, die hier nicht. Und hier drüben ist auch wieder was, was eigentlich nicht sein sollte. Das heißt, eigentlich wollen wir wirklich nur den Balken hier in der Mitte haben. Und zwar wirklich eindeutig. Und das ist das, was dieser Leak-Effekt meint. Wir wollen den Leak-Effekt hier quasi so stark minimieren, wie wir nur können. Und deswegen eben dieses Hemming-Window verwenden. Und nicht ein Rechteck-Window. Also nochmal kurz zum Vergleich. Wenn wir ein Hemming-Window verwenden, das heißt die Samples auf der linken und auf der rechten Seite weniger stark verwerten, dann bekommen wir hier eine relativ starke Antwort bei unserer tatsächlichen Frequenz, die wir eigentlich haben wollten. Und das hier drüben ist halt so ein kleines bisschen das, was wir nicht haben wollen. Während bei dem Rechteck, bei dem ganz normalen Rechteck, da ist es halt wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, der Bereich auf der linken Seite und der auf der rechten Seite, die sind halt einfach komplett falsch. Und führen dann eben zu dem Leak, den ich hier gerade genannt habe. Also zu den Artefakten, die wir hier auf dieser Seite verwenden. Ja, und deswegen wollen wir das nicht. So. Ja, und deswegen nehmen wir normalerweise ein Hemming-Window oder vielleicht sogar ein anderes Window. Okay, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Würde mich natürlich an der Stelle auch wieder mal freuen, wenn ihr irgendwie mir Feedback gebt oder sowas. Schreibt mir ganz gerne. Und wenn ihr irgendwelche Windows habt, die ihr dringend vorgestellt haben wollt und ihr einfach faszinierend findet, dann schreibt ihr mir ganz gerne. Ich glaube aber, dass es hier bei dem Hemming-Window auch absolut ausreichend ist. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Windows, die aber im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen weniger Leck verursachen, als das Hemming-Window, aber dafür sehr viel komplexer zu programmieren sind und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, belasse ich es hier mal dabei. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.